Heute erzähle ich euch die unfassbar traurige Story, wie ich um mehrere hundert Milliarden gescampt wurde. Und was wäre ein Video über Flive-PC ohne ein bisschen Flive-PC-Gameplay mit den saftigen 70k geblockten Hits im Hintergrund. Vielleicht kommt mal einer durch, dann sehen wir mal den Damage, wenn er durchkommt. Natürlich alles ohne Link-Attack und bei Monster die 12 Level unter mir sind, naja, da war es 300.000 mit einem Schlag. Genau. Und ja, die Story ist schon sehr alt und ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte schon mal ein Video darüber gemacht. Deswegen hat es mich gewundert, als ich nochmal nachgeschaut habe, dass ich wirklich nichts dazu gefunden habe. Wahrscheinlich war das eine Zeit, wo ich für meine Verhältnisse damals, weil ich habe früher eigentlich sehr wenig gestreamt, immer nur am Wochenende. Und manchmal unter der Woche, wenn ich Urlaub hatte oder so. Aber meistens war ich tatsächlich echt immer nur am Wochenende. Und ja, da war das wahrscheinlich dann einfach präsent in den Streams, I guess. Da habe ich aber leider auch keinen spezifischen gefunden, der irgendwie danach benannt war oder so. Und deswegen muss ich die Story jetzt ein bisschen hier zusammenfügen für euch sozusagen. Und zeige ich dann auch gleich den Highlight-Clip mit dem bombastischen Karma, das uns am Ende ereitert. Aber ja, es geht um das Cruiser-Set, was ich hier gerade auf diesem Charakter trage, auf meinem Ranger. Auf meinem absoluten Main-Character in Vlife-PC ist der Charakter, in dem ich die meiste Zeit und das meiste Geld gesteckt habe. Die meiste Penja passt vielleicht besser. Und ja, ich habe mir damals, also ich habe jahrelang wie ein absoluter Tölpel gespielt. Das heißt, ich habe mich mit schlechtem mittelmäßigen Equipment zufrieden gegeben. Und das größte Problem bei mir war einfach, dass ich, habe ich hier eigentlich XP? Ja, tatsächlich 0,4. Das größte Problem bei mir war einfach, dass ich mich nie entscheiden konnte, was will ich jetzt eigentlich als nächstes machen. Und mir hat immer so ein roter Faden gefehlt oder jemand, der mir sagt, hey, konzentriere dich doch mal auf eine Sache oder so. Weil das habe ich nicht von alleine gemacht. Ewig lang zumindest nicht. Irgendwann habe ich dann aber für mich erkannt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich habe 10 Charakter, alle sind mittelmäßig bis schlecht. Ich mache keinen Damage, es macht keinen Spaß, sie zu spielen ab einem gewissen Punkt, weil es dann zu schwierig wird. Dann quittest du, machst wieder einen neuen Charakter und irgendwie ist das alles, naja, Kacke, kann man so wirklich sagen. Und irgendwann habe ich das erkannt, es hat mich aber sehr viele Jahre gekostet, bis ich das mal erkannt habe, muss man leider sagen. Habe ich aber zum Glück irgendwann trotzdem dann mal erkannt und dann war es einfach so, dass ich mich dann halt entscheiden musste, naja, welchen Charakter nehme ich jetzt, also auf welchen Charakter will ich mich fokussieren, in welchen Charakter will ich jetzt mein ganzes Gate-Button. Zur Auswahl standen im Endeffekt mein 1v1-Night, was sehr selten habe auf Live-PC, und mein Ranger. Und damals hat mir Ranger mehr Spaß gemacht, beziehungsweise dachte ich mir, Ranger würde mir mehr Spaß machen auf lange Sicht, weil er ein bisschen mehr kann, vielfältig mäßig, Damage natürlich schlechter. Und habe mich dann für den Ranger entschieden und habe dann auch wirklich angefangen, mir erstmal mittelmäßiges Equipment zu holen, dann habe ich probiert, mir zumindest mal guten Schmuck zu holen, aber auch das ist dann irgendwie schnell, naja, nicht so gut gelaufen, sage ich mal. Also auch im High-Level war dann wieder das gleiche Problem, okay, du hast ein mittelmäßig schlechtes Set, eine mittelmäßig beschlechte Waffe, gleicher Punkt, wir kommen wieder nicht weiter. Und dann habe ich halt gesagt, naja, komm, dann mache ich jetzt wirklich das, was ich mir mal erträumt habe, sozusagen, mal gutes Equipment zu haben. Ich grinde, 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 spare mein gesamtes Geld und kaufe mir dann richtig geiles Equipment. Und das habe ich dann zum Glück auch irgendwann gemacht. Oder irgendwann geschafft, besser gesagt. Oh Gott, wo habe ich hier Heal Reign? Ich kann nicht healen. Oh mein Gott, ich kann nicht healen. Ich weiß nicht, wo Heal Reign ist. Der Charakter hat kein Heal Reign? Oh mein Gott. Ich habe einen RM, der kein Heal Reign auf der Leiste hat. Was zur Hölle? Okay. Das ist weird. Okay. Ich habe es jetzt mal gefixt, nicht wirklich zu meiner Zufriedenheit, aber egal. Okay. Soll ich hier Reign? Heiter überhaupt nichts? Was zum Teufel? 4.000 Heiter Reign nur? Wow. Das ist echt schlecht. Ähm, genau. Und ja, dann war ich an dem Punkt. Habe erkannt, okay, wir müssen auf jeden Fall mehr machen. Wir müssen hier, ähm, das ist auch nervig, dass meine Self-Buffs so schnell wieder auslaufen. 5 Minuten nur, ne? Ah, zum Kotzen. 4 Minuten sogar nur bei Perfect Block? What? Really? Damn. Okay. Perfect Block hat nur 4 Minuten? No way. Ich habe schon so lange keinen Fleiß-PC mehr gespielt, das ist alles Bahnhof für mich. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jedenfalls habe ich dann den Punkt erreicht, wo ich eben sehr, sehr viel Geld gespart hatte. Um genau zu sein, 700 Milliarden, oder ich glaube, es waren 750 Milliarden, eins von beiden. Ich glaube, es waren 750, ja, 750 waren es. Ähm, und habe dann eben gesucht nach krassen Cruiser-Sets. Ja, leider in Fleiß-PC ist es so, Cruiser war zumindest bis vor nicht allzu ferner Zeit, nicht allzu ferner Vergangenheit, immer noch das beste 1v1-Set. Das ist immer noch eins der besten 1v1-Sets, auch im High-Level. Deswegen hat man das bis Level 170 tatsächlich getragen mit 1v1, ähm, als 1v1-Damage-Dealer oder halt zum 1v1-Damage-Machen. Und, ähm, habe dann halt eben gesucht nach krassen Sets und habe dann auch eins gefunden und der war dann auch bereit, mir das Ganze zu verkaufen. Nun ist es ein bisschen komplizierter, die nächste Phase. Ich probiere es ein bisschen abzukürzen, was eigentlich nicht so spannend ist. Jedenfalls, früher hat man viel über Foren gehandelt, über Live-Foren. Das heißt, jemand hat Screenshots von seinem Equipment reingestellt und gesagt, ich will hier und da was haben. Und dann konnte man dem halt auch schreiben und Angebote machen, wenn er nicht online war. Das hat halt den Vorteil gehabt, dass nicht jeder immer online sein musste, um zu handeln oder um sich Equipment anzuschauen, was gerade auf dem Markt ist, sozusagen. Ähnlich wie Discord heutzutage, aber besser. Ich hasse Discord. Jedenfalls, ähm, habe ich darüber eben das Set gefunden, habe mir das damals angeschaut und dann hat es aber sehr lange gedauert, bis wir tatsächlich in Kontakt gekommen sind, in-game und den Deal quasi ready gemacht haben. Und dann ist der nächste Punkt, man hat sich früher sehr versteift auf den Crit-Damage. Crit-Damage ist mit Abstand die wichtigste Erweckung. ATK auf den Gauns ist extrem zu vernachlässigen. Und Dex auf dem Helm, selbst als Ranger, macht auch unfassbar wenig Damage-Unterschied. Natürlich will man so viel wie möglich haben. Keine Frage, aber es macht natürlich Damage-Unterschied. Aber es macht im Verhältnis sehr wenig. Also das Wichtigste als Ranger, da du ja sowieso nur crittest, ist Crit-Damage. Das heißt, man versteift sich sehr auf diese Crit-Damage-Erweckungen. Und die anderen Teile sind nicht so wichtig. Also wenn du sehr viel Crit-Damage hast, dann passt das schon. Ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn dein Helm nur mittelmäßig oder schlecht ist. Das Set hatte allerdings einen guten Helm. Sehr gute Handschuhe für die damaligen Verhältnisse. Ich glaube, über 300 ATK oder so hatten die. Also sehr gute Handschuhe, ein sehr guter Helm. Ich glaube, 70 Dex und 20 STA oder so. Irgendwie sowas in den Dreh. Also 4 20er-Slots auf jeden Fall. Und ja, alles in einem ziemlich gutes Equipment. Aber das war eben mein erster Kauf in diesem, ja, in dieser Hemisphäre, sagen wir mal. In diesen extremen, mit diesen extremen Beträgen zu handeln, war für mich damals einfach neu. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich mich zu sehr auf diesen Crit-Damage-Wert verlassen habe. Oder versteift habe. Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, es muss 123 Crit-Damage haben. Wenn es nicht 123 Crit-Damage hat, will er dich scammen. Und das war wie so ein Mantra, dass ich mir dann an dem Tag, wo wir handeln wollten, aufgesagt habe. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann tatsächlich auch so, wollte ich tatsächlich nochmal nachschauen nach dem Set. Aber er hatte es aus dem Forum schon rausgenommen. Und das heißt, an dem Tag von dem Deal konnte man sich das Set nicht mehr angucken. Da war es weg. Und ich hatte halt den Fehler gemacht. Und das würde ich jedem von euch raten, wenn ihr mit Equipment, wenn ihr Equipment kaufen wollt. Gut, in Flight Universe ist das eigentlich kein Problem, weil es da gibt, gibt es keine Erweckungen, sage ich mal. Aber bei mir war damals das Problem, ich habe mir keine Screenshots davon gemacht. Und das war der größte, dümmste Fehler, den man machen konnte. Oder halt einfach die Seite abscreenshotten oder was auch immer. Von den Erweckungen, weil dann ist es schwarz auf weiß, was es haben soll. Und wenn er dann irgendwas anderes ins Handelsfenster zieht, weißt du, okay, der will dich scammen. Habe ich nicht gemacht. Und habe mir halt eben gesagt, 123 Crit-Damage. Und den Deckswerten, den ATK-Werten hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Und war für mich in dem Moment dann auch einfach irgendwie nicht wirklich relevant. Rückblickend betrachtet, das dümmste, was man noch machen kann. Aber es war halt einfach so, ich erzähle ja eine Geschichte. Nicht das, was ihr machen solltet. Und ja, dann haben wir getradet. Er hat mir das Crit-Damage-Wert reingezogen. Und ich habe, wie gesagt, nur auf den Crit-Damage-Wert geachtet. Er hat mir schlechtere Handschuhe reingezogen und einen schlechteren Helm. Und ich habe es nicht gecheckt. Beim Helm war es insbesondere schwierig, weil er hat drei Deckslots und einen STR-Slot. Es hätten da eigentlich drei Deckslots und einen STR-Slot sein müssen. Das heißt, der Helm war wirklich sehr ähnlich. Aber die Werte waren schlecht. Also jetzt zum Beispiel Decks 16, Decks 10. Das waren, glaube ich, beides 22 und 19 oder so. Und dann hätte er noch ein STA plus 25 oder so drauf sein sollen. Also wirklich ein wesentlich besserer Helm. Und ja, den hat er mir halt nicht gegeben. Aber, wie gesagt, ich habe mich so hart nur auf den Crit-Damage versteift, dass ich das einfach nicht gemerkt habe. Wir haben den Deal durchgezogen. Es hat sich aber in dem Moment schon irgendwie falsch angefühlt, weil ich mir dachte, damn, ich hatte nicht in Erinnerung, dass der Helm so schlecht ist. Und die Handschuhe auch insbesondere. Ich glaube, ich habe sie sogar nochmal verbessert. Die haben jetzt 50 und 80 ADK. Ich glaube, damals hatten sie sogar nur 100. Jetzt haben sie 130. Ich glaube, damals waren sie sogar nur 100 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die auch über 300 ADK, also auch wesentlich schlechter. Und ich dachte mir in dem Moment schon, ey, ich schreibe mal jemandem, der das Set auch kannte und frage den, was der Helm und die Handschuhe hatten. Und der hat mir dann auch sofort gesagt, ja, nein, der Helm war viel krasser. Der war viel besser. Das war gefühlt ein doppelt so guter Helm. Die Handschuhe waren dreimal so gut, der hatte ich safe gescammt. Und das Gefühl hatte ich halt auch. Aber ich wollte es halt nochmal bestätigt haben von jemand anderem. Leider hatte niemand die Screenshots von dem Set. Auf jeden Fall war es dann im Endeffekt so. Das Set war, wie gesagt, 750 Milliarden wert. Und der Hauptbatzen war natürlich Suit und Schuhe. Keine Frage. Ich würde sagen, das waren so 500 Milliarden bis 600 Milliarden. Das ist immer schwer zu schätzen halt natürlich. Und der schlechte Helm und die schlechteren Handschuhe maximal 50. Das heißt, insgesamt hat er mich so gescammt zu 100 bis 150 Milliarden auf jeden Fall. Also mindestens 100 bis 150. Was natürlich bei einem Deal über 750 Milliarden dann wiederum nicht ganz so schlimm ist. Ich meine, ja, es tut natürlich richtig weh. Aber solange der Crit Damage passt, ist es nochmal kein Weltuntergang zumindest. Aber natürlich war ich trotzdem angefressen. Hab meinem Unmut damals auch noch immer sehr lautstark und, ja, Ausdruck verliehen. Also hab den dann auch entsprechend bezeichnet, sagen wir es mal so. Aber ehrlich gesagt auch verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat mich ja wissentlich gescammt. Und als er dann konfrontiert wurde von mir und von mehreren anderen Leuten, hat er es auch nicht mal geleugnet. Also er hat auch nicht mal probiert zu sagen, ähm, ja, ja, das war das Set. Er hat sich verguckt oder so oder keine Ahnung. Oder er lügt oder so. Also er hat mich auch gar nicht probiert als Lügner zu bezeichnen. Er hat einfach gesagt, ja, selber schuld. Er hat den Deal angenommen und fertig. Und an für sich ist das richtig. Immer wenn man gescammt wird, ist man im Endeffekt selber schuld. Deswegen macht es trotzdem nicht die Tatsache wett, dass der andere ein Scammer ist. Also ich finde immer diese Rechtfertigung von Scammern lustig, wenn sie sagen, ja, hättest halt aufpassen müssen. Ja gut, okay, du bist trotzdem ein Stück Scheiße. Aber okay, alles klar. Haben wir das auch geklärt. So, also, ich meine, ja, natürlich. Ich meine, du kannst jemanden scammen, wenn der andere aufpasst. Wenn der andere aufpasst, lässt er sich ja nicht scammen. So funktionieren Scams. Bei Scams nutzt du die Naivität oder das Unwissen eines anderen aus, um ihn übers Ohr zu hauen. Wenn der andere nicht naiv ist oder sich nicht übers Ohr hauen lässt, dann kannst du ihn nicht scammen. Das ist das ganze Prinzip eines Scams. Also finde ich immer unfassbar traurig, wie Leute Scammer verteidigen. In Spielen, auch im Real Life und so, ist es wirklich echt unfassbar traurig, wenn man sowas verteidigt. Aber ja, jedenfalls gab es dann halt ein Riesendrama. Ein paar Tage lang war das halt absolutes Thema. Der Typ wurde dann auch sofort aus seiner Gilde geschmissen, weil ich kannte den Gildenleiter, beziehungsweise ich kannte jemanden aus seiner Gilde. Und es war auch eine relativ aktive, starke Gilde. Die haben ihn auch sofort rausgeschmissen dann, als sie das gehört haben und so. Und haben ihm auch gesagt, gib ihm die Sachen zurück. Hat er nicht gemacht. Ihm war das Geld offensichtlich wichtiger, als seine Ehre oder seine Reputation. Und ich meine, er hat dann eh gequittet. Also der hat offensichtlich sein Equipment verkauft, um dann alles für echt Geld zu verkaufen und zu quitten. Ähm, also den habe ich danach auch nie wieder gesehen. Zwei Wochen oder so war er, glaube ich, noch inggame, danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Also von dem her hat er wohl dann auch relativ schnell gequittet. Und, äh, ja, das war im Endeffekt die Story. Und die Story endet hier aber nicht. Denn man hat ja sowas wie Karma im Leben anscheinend. Und mein Karma hat sich durch diesen Vorfall offensichtlich erhöht. Beziehungsweise hatte ich halt natürlich, ich habe ja nichts falsch gemacht an und für sich. Ja, ich bin guten Glaubens in einen Handel gegangen. Der größte Handel, den ich jemals gemacht habe. Naiver 2018 Chris, sobald ich da auch schon 21 war tatsächlich. Aber gut. Ähm, hab den Deal gemacht und wurde gescammt. Und da hat sich das Karma oder das Universum wahrscheinlich gedacht, hey, das kann's ja nicht sein. Ja, es war dumm. Aber ich meine, er hat da direkt nichts falsch gemacht. Und was ist passiert? Ich habe mir Change Awakening Scrolls geholt. Extrem wenige, muss man bedenken. Change Awakening Scrolls sind echt schwierig, da was Krasses zu bekommen. Und was passiert ist, das zeige ich euch jetzt noch im abschließenden Clip. Leider ohne Ton, weil Copyrighted Music drüber ist. Mich wundert es, dass das Video überhaupt noch Ton hat, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich lasse euch den Clip laufen und sage jetzt schon mal danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt oder generell einfach mehr Content, schaut auf jeden Fall im Stream vorbei. Und wir sehen uns im nächsten FLYFE Universe oder FLYFE Video wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Untertitelung des ZDF, 2020